Ich habe in den letzten Jahren zahlreiche Interviews geführt, aber es gab kein Interview jemals, wo ich so viele Notizen im Nachgang gemacht habe, wie bei dem Interview mit Karl Weische. Karl hat in den letzten Jahren nicht nur eine E-Commerce-Agentur von Null auf 41 Mitarbeiter aufgebaut, er hat Alex Homozi persönlich als Kunden für diese Agentur gewonnen und er hat eins der größten E-Commerce-Events in Dubai veranstaltet und das in nur wenigen Wochen auf die Beine gestellt. Und das sind nur ein paar von den Highlights, die wir hier in diesem Interview diskutieren. Das Interview hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich kann dir nur sagen, sieh dir das Interview bis zum Ende an. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Wir starten einfach mal entspannt in den Podcast rein und Karl, ich habe es dir gerade gesagt, ich weiß noch, wie wir uns zum Lunch in Hamburg getroffen haben und jetzt habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und ich weiß noch, ich lag irgendwann die Wochen im Bett, swipe so durch Instagram und plötzlich sehe ich dich so neben Homozi und ich war so, was zur Hölle ist da passiert? Zum einen fand ich es halt mega witzig, dass es plötzlich Leute gibt, auch in meinem Netzwerk, die mit Homozi sozusagen zusammengearbeitet haben. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, ist ja der perfekte Start für diesen Podcast, dass Homozi ja Kunde bei euch war, richtig? Ja. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen? Was habt ihr gemacht? Wie ist der Typ so drauf? Na, ich will die Details hören. Gerne, gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dich wiederzusehen, auch hier im Podcast. Ist eine Ehre, dass ich in deinem Format auftauchen darf. Also, wie es zu dieser ganzen Homozi-Geschichte kam, das ist voll witzig, weil das ist jetzt irgendwie komplett viral gegangen, als ich das Bild gepostet habe und dann so ein bisschen die Fallstudien und wie es dazu kam und so. Und ich muss so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil das Ganze hat angefangen im August 2022, wo ein Freund von mir, der hat eine riesige Software- und YouTube-Agentur, der Ian Neiji, der hat eine Mastermind gemacht in der Oxford Union. Und der Background ist, dass seine Frau Studentin war in der Oxford Union vor Jahren und darüber, über diese Connection zu eben dem ganzen, sag ich mal, Oxford University Staff, hatten die die Möglichkeit, diese berühmte Halle für ihre Mastermind zu mieten. Und da kannst du dir vorstellen, wie episch das war, weil man eben nicht irgendwie in einer Hotel-Lobby oder sowas die Mastermind gemacht hat, sondern in der Oxford Union, wo der Dalai Lama war, Michael Jackson, Bill Gates. Also eigentlich jede große Berühmtheit Stephen Hawking, das heißt also alle großen Leute, so über die letzten paar Jahre. Und da hatte eben mein Freund eine Mastermind und ich dachte so, okay, geil. Und dementsprechend hochwertig war auch die Mastermind, also sehr hochkarätig von den ganzen Teilnehmern. Und der hat mich eingeladen, als Speaker da aufzutreten. Und das war für mich damals auch schon eine riesige Ehre, dass ich da dann auf die Bühne darf, auch weil da so viele andere hochkarätige Speaker waren. Also Leute mit teilweise 10, 20 Jahren Erfahrung, die echt schon riesige Marketingkampagne gemacht haben. Wie zum Beispiel auch der Rory Sutherland, der Vice-President von OJV, die größte Marketingagentur weltweit. Das war einer der Speaker da und dann in dem Line-Up auftauchen zu dürfen als irgendwie so Mitte-20-Jähriger Unternehmer, war dann schon eine sehr gewisse Ehre. Und ja, da hatte ich den Auftritt und da habe ich den CMO von Acquisition.com kennengelernt. Und der war damals in der Audience als Teilnehmer und darüber ist quasi der Erstkontakt entstanden. Und dann haben die ja letztes Jahr im Q3, ich glaube August, September war das, das neue Buch gelauncht, das 100 Millionen Dollar Leads. Und darüber ist dann der CMO, der heißt Tobi, hat dann wieder den Kontakt gesucht und sich einen Call gebucht und meint so, hey Karl, wir brauchen den Besten für Conversion-Optimierung, für Funnels, Landingpages und sowas. Und ja, dann haben wir zusammen gearbeitet. Musstest du zweimal hingucken, als die Terminbuchung reingekommen ist? Dachtest du, dass es ein Troll ist oder dachtest du, dass es real ist? Also ich sage es dir, es ist, als ich da an dem Morgen aufgewacht bin und auf meine E-Mails geguckt habe und da stand Acquisition.com, weil ich frage ja immer ab, wie heißt du, welche Firma und so weiter und so fort. Und dann stand da Acquisition.com und dann habe ich erstmal gegoogelt auch nochmal nach dem ganzen Namen und sowas. Und ich dachte so, okay, spannend so, mal gucken, was die wollen. Weil ich habe jetzt schon, also ich habe ja hunderte Calls gemacht. Ich meine, du kennst das und ich bin langsam davon weg, irgendwie das zu früh zu hypen, bevor das nicht 110 Prozent in trockenen Tüchern ist, weil das natürlich auch oft im Unternehmertum High Highs, Low Lows ist, dass man das irgendwas zu früh halbt, was dann doch nicht passiert. Und deswegen habe ich dann erstmal gedacht, ich warte auf den Call. Aber ich habe erstmal direkt, sage ich mal, meine engsten Freunde angucken und gesagt so, ey, ich glaube, das ist jetzt hier Homo-Ozis-Team. Und dann hatte ich den Call und dann, ja, war es eigentlich sehr straightforward, sehr simpel. Saß dann im Call wieder mit dem CMO, der hat gesagt, hey, wir wollen dich engagieren für das Projekt 100 Millionen Dollar Leads, dass du da komplett den Funnel übernimmst. Das heißt, die komplette Optimierung machst für den Funnel ist natürlich sehr wichtig bei so einem Event. Und ja, ich habe einen 100 Millionen Dollar Offer denen gegeben, die haben direkt zugesagt. Ganz dem Playbook entsprechen. Und ja, dann haben wir das gemacht, waren super erfolgt, die waren super happy. Dann ging es darum, dass wir mit deren Portfolio-Brands arbeiten. Die haben ja große Größen wie Publishing Life, Cole Gordon, noch ein paar andere Größen. Die haben ja insgesamt zehn Beteiligungen an Firmen, die alle bei 30 bis 100 Millionen Jahresumsatz sind. Und davon sind eben vier online. Die haben jetzt auch School reingenommen in deren Portfolio. Und da ist dann eben direkt quasi, nachdem wir diesen Puffer-Concept hatten, für deren Acquisition.com, Landingpages und Funnels, dass wir quasi zum Portfolio uns das anschauen. Und darüber kam das dann eben auch, dass ich im November mit dem CMO einfach so einen Catch-up-Call hatte, wie wir so gequatscht haben, wie so das Leben spielt, was gerade so passiert in der Welt. Und der mich dann eingeladen hat zu deren ersten Mastermind in deren Office. Und das war jetzt vor zwei Wochen in Las Vegas, um eben mal nochmal in Person sich zu treffen, auch mit dem ganzen Team und so. Und da ist das legendäre Bild. Crazy. Bei entstanden mit Tamosi. Und ja, war richtig cool. Die sind alle richtig krass. Also ich habe noch mehr Respekt als vorher vor Acquisition.com, vor Alex, sowohl auch als Layla, weil die ist ja mehr in dem Hintergrund. Und die ist auch echt, die hat wirklich Operational Excellence. Also ich habe wirklich höchsten Respekt vor ihr auch und wie die beiden das Team leiten und aufbauen. Und das war sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich mich auch direkt hingesetzt und so ein fettes YouTube-Video gemacht. Ey, ich habe mir das direkt reingezogen und dachte mir so, holy shit, ey, da so Mäuschen zu sein, was in so einer Mastermind geteilt wird, ist ja für die Welt unbezahlbar eigentlich. In so Räume kommen ja nur wenige Leute überhaupt rein. Und dass du das dann auch auf YouTube zugänglich machst. Ich glaube, da hat so die ganze Szene in Deutschland direkt gegeiert und sich das alles angeguckt. Ja. Mich inklusive. Ey, crazy shit, was ich immer so spannend finde, auch was du sagst. Ich glaube, du hast ja so ein bisschen hinter die Kulissen auch sozusagen geschaut von Acquisition.com. Und wenn die, die haben ja noch, wenn man sagt, eine Handvoll Beteiligungen eigentlich, ne? Aber die müssen ja einen absurden Leadflow eigentlich haben. Und wenn man das vielleicht nochmal zu deinem auch 100-Million-Leads-Projekt sozusagen zurückführt, was ist denn deren Ziel da gewesen? Weil ich weiß noch, wie Alex diesen Stack gemacht hat im Webinar und jeder war so, shit, jetzt kommt das erste Mal ein Preis, wo man irgendwie was kaufen kann. Und dann war so, ja, alles ist for free, ne? Was ist denn da das Ziel, dass möglichst viele Leute einfach sich registrieren und ein Buch kaufen? Kannst du das scheinen? Spannende Frage. Also 17 Leute im Team, 10 Beteiligungen. Jeden Monat kriegen die 30.000 Leute, die darum betteln, eine Portfolio-Company zu werden. 30.000? Und quasi sagen, nimm bitte Anteile an meiner Firma. Ja. Holy shit. Und ich sag mal, um auf das Buch einzugehen oder generell deren Funnel, ist ja dieser Overload an Value durch Free Content Online und durch die Bücher, was dazu führt, dass die dann eben das selbst umsetzen in ihrem Business, dann auf eine gewisse Flughöhe kommen. Was jetzt gerade so ist, ich glaube 5 Millionen im Jahr und 2-3 Millionen Profit Minimum, damit sie dann eben eine Portfolio-Company werden können. Das Hauptziel bei denen ist jetzt gerade, dass die dieses Jahr verdoppeln. Das heißt, auf ein Team gehen von 35 Leuten mit 20 Portfolio-Company, aber die bringen das jetzt nicht auf 100 Portfolio-Company oder so. Also das ist extrem klein, extrem deliziert. Und ich hatte halt sehr viel Kontakt da auch vor Ort in Vegas mit dem CMO, war mit dem auch nochmal Frühstücken, Abendessen und sowas, weil mich das natürlich alles brennend interessiert hat, dann auch mit dem aus Erstanz zu hören, wie das alles ist. Und der meinte auch, es ist wirklich, wenn man sich die Zahlen mal realistisch anguckt, nur eine Frage der Zeit, bis die erste Milliarde fällt, also innerhalb der nächsten paar Jahre und dann ist es auch nicht mehr weit bis auf 10 Milliarden. Weil du musst dir vorstellen, nimm dir 30 bis 50 Prozent an Anteilen, an 10 Firmen, die jeweils bei 30 bis 100 Millionen Jahresumsatz jetzt schon stehen. Stimmt, dann geht das schnell. Mit natürlich auch einer starken Growth-Trajectory und schon einer guten Evaluation. Und also gutes Beispiel, School, hat er direkt erzählt, hat jetzt schon eine 200 Millionen Bewertung. Also School ist jetzt schon 200 Millionen wert. Ey, man muss auch wirklich, ja man muss wirklich Sam Owens auch nochmal da, er ist ein crazy Dude, das zweimal sozusagen zu pullen, also ich meine mit Consulting.com hat er sich schon unsterblich gemacht, dann zieht er irgendwie drei Jahre in eine Hütte im Wald, kriegt ein Kind und ich weiß noch, wie man auch School er früher erwähnt hat und man dachte sich so, wie würde man mit Facebook-Gruppen dediziert als Plattform jemals Geld verdienen. Und plötzlich habe ich jetzt irgendwie die School-Games gesehen mit Hormosi drin und ich weiß nicht, wie viele Leute in diesem Livestream waren. Und ich war so, er hat es einfach nochmal hingelegt. Er hat es nochmal gemacht. Also ich muss aber wirklich sagen, ich hatte kurz das Gefühl, dass meins im Owens, den ich so verehre und wo ich, der mir auch wirklich sehr viel geholfen hat in meinem Unternehmertum, die Klippe runtergefallen ist, sage ich mal. Und Hut ab. Er ist wiedergekommen und er hat einen gezeigt, nein, das hat alles Sinn gemacht, was er gemacht hat. Ey, crazy, crazy Geschichte. Und ich glaube, ja, ich glaube, jeder von uns wahrscheinlich ist irgendwie so ein bisschen auch durch Sam's Schule gegangen. Ich habe ihm auch unglaublich viel zu verdanken, die Modelle irgendwie so einfach runterzubrechen. Um an die Brücke zu euch und auch zu Accelerated sozusagen zu schlagen, ihr seid hier selbst eine krasse Erfolgsgeschichte. Also du hast gesagt, 41 Mitarbeiter mittlerweile. Ich glaube, es gibt hunderte von Agenturen, die jeden Tag und jedes Jahr ins Rennen gehen, wenn nicht sogar tausende. Ich weiß nicht, YouTube, der Iman-Gazzi-Hype ist, glaube ich, realer denn je. Und trotzdem gibt es, glaube ich, nur wenige, die es wirklich schaffen und, glaube ich, auch auf die Größe kommen, auf die ihr gekommen seid. Was würdest du sagen? Was hat euch so oder was, ja, was hat euch ausgezeichnet? Was hat das Wachstum? Wie erklärst du dir das vielleicht selber, dass ihr da hingekommen seid, wo ihr seid? Das ist eine gute Frage. Die Frage, die Frage klingt so simpel, ich könnte jetzt so ein Zwei-Stunden-Pass aufmachen. Ich versuche das mal auf so ein paar einzelne Aspekte runterzubrechen. Also ich glaube, eine wesentliche, um das mal schnell quasi aufzuziehen und danach so ein bisschen in die Bereiche zu gehen. Das eine Wesentliche ist für mich immer das Founding-Team mit quasi den Kernkompetenzen und Background. Das zweite Thema ist Product, das heißt, was hast du für ein Product, wie gut ist das? Das dritte ist so das Thema, wie gut bist du selbst in Marketing? Und dann auch so ein bisschen das Thema Opportunitätsfenster erkennen und nutzen. Auch in der Reihenfolge wahrscheinlich ein Stück weit, oder? Ja, kann sogar sehr gut sein. Also das sind jetzt, sage ich mal, so große Bereiche, die bei mir direkt reinkommen würden und da kann man eigentlich ziemlich viel untergehen. Und um die mal so ein bisschen anzugehen, ist einmal so Founding-Team. Also ich habe sehr Glück mit meinem Co-Founder, dass wir beide in zwei Rollen sind, die sehr gut in Symbiose agieren, die gleichzeitig quasi alle Unternehmensbereiche abdecken. Weil eigentlich ist Unternehmerzum ziemlich einfach. Irgendwie musst du dafür sorgen, dass du Reichweite generierst, dann Kunden bekommst, Geld generierst und dann eine Dienstleistung hast oder ein Produkt, was den Kunden das Ergebnis bringt, was du versprichst. Und ich war dann immer eher auf der Komponente von Reichweite generieren und Kunden bekommen und mein Partner war immer eher auf der Komponente Product, Dienstleistung, Kunden behalten. Und so haben wir das quasi aufgebaut. Und wir sind komplett unterschiedlich vom Charakter und vom Skillset und das war immer sehr essentiell. Das ist, sage ich mal, das Erste. Das zweite Thema, welche vier habe ich nochmal gesagt? Produkt. Das ist das zweite. Das ist das zweite Thema. Product. Du kannst als guter Marketer und guter Sales-Typ einen krassen Run haben, aber dann auch geisteskrank wieder abstützen, wenn dein Produkt nicht gut ist. Das heißt, du overpromest in deinem Content, du overpromest in deinen Sales, dein Produkt ist scheiße, es spricht sich rum, du brichst zusammen. Das heißt, das ist das zweite Thema und da gehen die ganzen Props an meinen Co-Founder Lars, den du, glaube ich, auch mal kennengelernt hast. Also Jan Lüttier kennt den auf jeden Fall. Nicht viele kommen den Genuss, Lars kennenzulernen, weil der sehr wenig auftaucht, sehr wenig unterwegs ist, ist aber ein sehr cooler Typ und ihm habe ich eigentlich das Ganze zu verdanken, dass dieses Thema Product, Service, Dienstleistung so gut funktioniert, weil er das ganze Team aufgebaut hat, das ganze HR aufgebaut hat, das ganze, ich sage mal, die ganze Management-Etage aufgebaut hat und die ganze Teamstruktur, die ganze Produktstruktur, was dafür führt, dass das Produkt halt gut ist. Wenn ich da einhaken darf, bist du eben sozusagen, das ist ja mal sozusagen das Dilemma, obwohl du hast ja sozusagen, da kommen wir gleich zu dem Marketing-Konzept, du bist ja viel beschäftigt sozusagen, eure Agentur erfolgreich zu vermarkten und die Kunden dafür zu gewinnen. Hast du inhaltlich, und ich sehe ja trotzdem aus dem Augenwinkel auch YouTube zum Beispiel, dass du so Sales-Funnels runterbrichst von E-Com-Shops. Gibt es da, bist du da noch irgendwie involviert, dass du auch deinem Team sozusagen zeigst, guck mal, hier gibt es einen Funnel, den ich gefunden habe, der auch für unsere Kunden relevant sein könnte, oder ist das alles sozusagen Last-Job, dass der das weiterentwickelt? Sehr gute Frage, minimal. Also bei paar Key-Accounts maximal so zwei gleichzeitig bin ich gerne involviert, beispielsweise das Formosi-Projekt, beispielsweise das Kinobuddy-Projekt, beispielsweise das DiUDI-Projekt oder damals Sassy Classy, also ein paar Key-Accounts, wo ich dann gerne drauf sitze, kümmere ich mich sogar teilweise um Execution, generell fast gar nicht. Also ich gebe gerne mal Input. Ist aber auch wahrscheinlich die perfekte Aufteilung, dass jeder sozusagen in seiner Genius-Zone unterwegs ist, weil Karl, jetzt kommt ja die spannendste Frage und auch so ein bisschen die Überschrift, wo ich eigentlich hinkommen will mit diesem Podcast. Dein Marketing-Konzept. Ich weiß nicht, was eure durchschnittliche Ticketgröße ist, aber ab und zu in so einer Instagram-Story teilst du ja auch mal so eine Stripe-Überweisung. Und solche Ticketgrößen, ich weiß nicht, was die durchschnittliche bei euch ist, durch die Tür zu bekommen, da muss man ja schon sowohl in der Vermarktung als auch im Sales relativ viel richtig machen. Und da bin ich echt gespannt, wie sozusagen dein Marketing-Modell aussieht, um solche Kunden sozusagen zu gewinnen. Jetzt glaube ich, schreibe ich selber fleißig mit. Da sind wir auch direkt beim dritten Aspekt, so das ganze Thema Reichweite generieren und Kunden bekommen. Ist wieder ein simples Thema eigentlich. Also um die Frage vorwegzunehmen, die ist gerade so ungefähr bei 70.000, die Ticket-Size, 70, 75 von, was die quasi abschließend zu Beginn bei mir. Wir haben ja auch eine sehr spitze Nische von E-Commerce-Geschäftsführern oder C-Leveln, die ein Business haben mit mindestens 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Also das ist ja schon eine sehr, sehr kleine, sehr fortgeschrittene, sophisticated Buyer-Audience. Weil da hat man Profis gegenüber, ne? Den erzählt man nicht mal eben irgendwie nicht fortgeschrittene Sachen wahrscheinlich, ne? Da muss man ja dementsprechend auch machen. Genau. Und ich sage mal, um das ganze Marketing-Konzept simpel zu beschreiben, am Ende des Tages ist alles davon abhängig, dass dir dein Gegenüber vertraut, dass das, was du sagst, stimmt und du das auch genau so umsetzt. Das heißt, was ich mache mit meinem Marketing, ist durch einen Mix aus Subject-Matter-Expertise, das heißt, dass ich klar mache, dass ich der Beste bin in dem, was wir machen, einen Mix aus Fallstudien, das heißt, dass ich zeige, dass wir das auch hunderte Male gemacht haben und einem Mix aus Autorität, das heißt, Auftritten, Bilder mit Hormosi oder ähnliches, quasi sehr viel Content und Mehrwert liefer. Ist eigentlich sehr ähnlich zum Hormosi-Marketing-Konzept, quasi diesen Overload an Value zu geben, um eben das Vertrauen in der Zielgruppe zu schaffen. Also wenn du auf Twitter, LinkedIn oder YouTube guckst, sind da hunderte Beiträge. In der Theorie könntest du das alles komplett selber anwenden. In der Praxis ist es so, dass die Leute, die für uns eh zu klein sind und so in diesem Denken sind, ich mache alles selber, das selber anwenden, damit Erfolg erzielen, zu Fans werden. Und die Leute, die groß genug sind, das heißt, die machen 10, 20, 50 Mille im Jahr, die schauen den Content bei den Klicks, dass das Sinn macht und dass wir die Experten sind. Die sehen aber auch die Equation von, ich habe einen viel höheren ROI, den einfach einen gewissen Retainer im Monat zu bezahlen, damit ich da die Experten habe, die es 100 Mal gemacht haben, als selber durch das Trial and Error zu gehen und ganz viel Lehrgeld zu bezahlen. So, und dann ist es eigentlich ziemlich einfach für die im Kopf, durch die Gleichung zu gehen und sagen, ich buche mir einen Call, ich werde Kunde. So, und das ist eigentlich schon das ganze Marketing-Konzept. Und das könnte man jetzt natürlich auch stundenlang ausführen in Richtung Personal Brand, in Richtung Funnel und so weiter und so fort. Aber long story short, einfach geisteskrank viel Mehrwert schaffen auf allen Social-Media-Plattformen. Dann dafür sorgen, dass das Angebot spannend ist, du mit deiner Zielgruppe resonierst und die Leute sich bei die Calls buchen und dann in den Calls natürlich auch performen und das dann weiter durchziehen. Boah, zwei Sachen interessieren mich echt brennend. Vielleicht fangen wir bei dem ersten an, dem Offer. Ich glaube, jeder hat sozusagen, was weiß ich, 100 Millionen Offers von Hormosi gelesen. Ein bisschen was davon habe ich wiedererkannt von Russells Konzept, wie Webinar-Pitches sozusagen aussehen. Selbst großer Verfechter davon. Und ich glaube, alle unsere Kurse, die wir zum Beispiel vermarkten, mache ich nach dem Framework. Was mich aber immer gefragt habe, wie man das als Agentur nutzt, so einen Stack sozusagen zu bauen oder so ein Angebot, weil man am Ende ja eigentlich dem Kunden sagt, Value Proposition, guck mal, das ist sozusagen die Methode, die wir machen und das setzen wir sozusagen um. Wir machen alles. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern und wir checken vielleicht regelmäßig ein und geben dir die Ergebnisse, weil es bei rausgekommen ist. Wie kann man sich denn da differenzieren, außer die Punkte, die du gut genannt hast, dass man halt die Case Studies liefern muss, dass der Kunde sozusagen sieht, dass man es x-fach gemacht hat und am Ende genug Vertrauen sozusagen schaffen kann. Was kann man denn sonst als Agentur da eigentlich liefern? Gute Frage. Also wie ich ein Angebot sehe, auf einen Satz runtergebrochen, ist, wie du als Kunde von deiner aktuellen Situation mit meinem Service zu deiner gewünschten Situation kommst, für einen gewissen Preis, der in Relation gesetzt ist zu dem Mehrwert, den du bekommst. Das ist jetzt ein langer Satz, aber da kannst du dann die fünf Aspekte einfügen, von was ist dein Service, was ist deren aktuellen Situationen, was ist deren gewünschten Situationen, was ist dein Preis und was ist der Mehrwert, den du dir das gibst. Und dann ist es sehr, sehr einfach, weil stell dir vor, du bist Geschäftsführer von Snox, keine Ahnung was, du machst 50 Millionen mehr, du sitzt in einem Call mit mir und du sagst, hey Karl, lass uns zusammenarbeiten, wie sieht das aus? Ich sag, hey Robert, du machst gerade 50 Millionen, du bezahlst mir jetzt für 2024 eine Viertelmillion und ich mach dir fünf Millionen mehr. Wenn du dann nicht direkt ja sagst, dann bist du so. Und das ist eigentlich schon der komplette Ablauf. Also wir haben einfach nur ganz simpel runtergebrochen, historisch von allen Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, was waren die Ergebnisse, wie viel Umsatz haben wir erzielt und dementsprechend kann ich das sehr gut runterbrechen in dem Call, basierend auf deren Situationen zugeschnitten, was wir deliveren können. Und wenn die das wollen, oder das habe ich auch in Vergangenheit manchmal gemacht, kann ich denen auch das garantieren. Das heißt, ich sage zu denen, du kriegst eine ROI-Garantie. Du bezahlst mir hier über die nächsten sechs Monate 100.000. Ich garantiere dir schriftlich im Vertrag, dass ich dir eine Viertelmillion an Mehrumsatz mache oder eine halbe Million oder was auch immer. Und das ist ziemlich easy, weil ich kann dich entweder eine Stunde lang im Call voll labern, mit was ich alles mache oder im Kopf habe oder so, oder ich sage dir halt ganz straight, du, und das ist ja eigentlich Business-Austausch, du gibst mir X, ich gebe dir Y zurück. Aber das ist auch cool, dass du das sagst, weil ich glaube, auch in der Logik, dass du es aufgeschlüsselt hast mit dem Founding-Team, mit dem Produkt, und ich glaube, hier kommt ja jetzt auch im Marketing und im Sales-Call euer verdammt gutes Produkt ins Spiel, dass du diese Sicherheit hast. Guck mal, wir haben diesen Track-Record von X-Cases, wo wir immer das sozusagen an Mehrumsatz hinbekommen haben, den sozusagen Anteil davon als Gebühr genommen haben. Da wird es ja natürlich dann schwierig, dass der Gegenüber sagt, nee, machen wir nicht. Außer er vertraut euch sozusagen nicht oder glaubt den Case Studies vielleicht nicht. Aber ich glaube, das ist auch das, was vielleicht im Agenturmarkt insgesamt ein bisschen das Problem ist, ist, dass die Leute diese Cases und diese Selbstsicherheit nicht im Verkaufsgespräch haben und dann wahrscheinlich alles erzählen, was sie alles Tolles machen können, aber der Gegenüber eigentlich nur wissen will, wie viel mehr Umsatz bringt es und könnt ihr das garantieren. Ja, also ich sag mal, um mal jetzt hier für, ob das jetzt ein Agenturinhaber ist, dazu gehört oder ein Solosimständiger oder was auch immer, spezifisch Mehrwert zu geben. Wenn du im E-Commerce-Bereich eine Dienstleistung hast, dann befindest du dich nun mal in einem Markt, der highly sophisticated Zielgruppe. Das heißt, dein Interessent hat über die letzten paar Jahre Tausende von Cold Calls bekommen, Tausende von E-Mails, Tausende von Werbeanzeigen und saß in Hunderten Sales Calls. Das heißt, der wurde geäfft. Sagen wir es mal so, wie es ist. Was so das ganze Thema Angebote und alles angeht. Dem wurde hunderte Mal das Blaue vom Himmel versprochen und davon wahrscheinlich dreimal das Delivert. Und du bist jetzt in der schönen Situation, ihm klarzumachen, dass du eigentlich anders bist, wenn du es bist. Wenn nicht, dann solltest du keine Dienstleistungen in erster Linie anbieten, sondern vielleicht einfach irgendwas anderes machen. Um mal einen kurzen Ausschwenker zu machen. Wir befinden uns ja gerade in der Situation, weil Leute wie E-Mengadgie, die Baulix oder andere große Marktleinnehmer Geld dadurch verdienen, ganz viele Anfänger an den Markt zu schütten. Low-Ticket-Produkte, wie machst du dich selbstständig für 100 Euro als Copywriter verkaufen, damit dann tausende hochmotivierte neue Copywriter in den Markt strömen und den ganzen Markt überführt mit Angeboten, was es für dich quasi immer schwieriger macht, da herauszustechen. Um jetzt mal den Punkt zu closen, am Ende des Tages musst du einfach verstehen, wer sitzt dir gegenüber, was will der, was hast du zu liefern, kannst du den von A nach B bringen und ja, also eigentlich ist Sales und Marketing ja ziemlich straightforward. Viele Leute komplizieren das halt immer, weil die irgendwelchen Frameworks folgen wollen oder so und ich sage da auch immer, wenn Leute mich fragen, ich habe kein Sales-Skript. Ich habe mal jetzt ein paar, ich habe eine Präsentation aufgebaut und ganz viele Ressourcen, einfach um Sachen zu erklären oder zu veranschaulichen, weil manches wird dann auch schwierig zu erklären in einem Call, aber ich folge da auch keinem Skript. Ich höre mir das an, was der will, ich schaue, können wir helfen oder nicht und wenn wir nicht helfen können, dann mache ich auch kein Angebot. Und wenn ich sehe, dass wir helfen können und dass es ein guter Fit ist, dann mache ich ein Angebot und dann ist es eigentlich auch ziemlich straightforward. Ja, das ist so gut zu hören, weil ich glaube, das kann man jedem sozusagen, ich glaube, jeder von uns ist irgendwann mal naiv gestartet und wahrscheinlich auch mit irgendeinem Online-Kurs, ich weiß nicht, dass ich mit Nischenseiten angefangen habe und irgendwelche komischen Pavillons versucht habe zu verkaufen, aber ich glaube, das ist so gut der Punkt, den du auch machst, dass man sich auf das Produkt und das Angebot konzentrieren sollte und wirklich Case Studies aufbauen sollte, weil dann wird man auch über die Zeit einfach ein Stück weit unangreifbar, weil man dann sozusagen den Leuten zeigen kann, guck mal, hier hat es geklappt, hier hat es geklappt, hier hat es geklappt, hier hat es geklappt und nicht nur irgendwie Marketing-Fluff da draußen irgendwie hat, weil das wird früher oder später immer auffliegen. Wie passt denn, was mich noch interessiert, Kai, man sieht dich ja auch auf vielen Bühnen sozusagen und ich glaube auch gerade bei der Ticketgröße, die ihr habt, ein Konzept, worüber ich mal gestolpert bin, und ich kann tatsächlich niemandem Kredit dafür geben, weil ich nicht weiß, wie derjenige hieß, aber habe ich bei Funnel Hacking Live gehört und der hatte eine ganz coole, ganz coole Analogie, dass er gesagt hat, dass wir im Zeitalter sind vom sogenannten Shadow Funnel, dass die Leute halt wirklich nicht nur durch einen klaren Funnel sozusagen laufen, sondern all over the place sind, wirklich dich googeln, bei LinkedIn gucken, bei YouTube vorbeigucken, in einem Podcast hören, er hat sogar mal eine Kundin, die hat bei Google Maps geguckt, ob es unsere Firma wirklich da gibt, wo wir angemeldet haben und dann hat sie uns irgendwie eine Nachricht geschickt und meinte, ich bin jetzt irgendwie bereit, zusammenzuarbeiten und er meinte, dieser Shadow Funnel ist halt so immens wichtig, weil man auch dadurch Vertrauen aufbaut, er meinte, man ist bei jedem Interessenten in dem Spiel zu dem Trust Point zu kommen, also das bedeutet, ab irgendeinem Punkt kippt es, dass Interessenten dir vertrauen, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn jemand drei Stunden YouTube Videos von mir geguckt hat, dann bin ich durch die Tür, dann sagen die Leute, okay, ich kann sozusagen Robert vertrauen, der macht irgendwie gutes Zeug, wie passt das sozusagen, hast du diese Beobachtung auch gemacht, ist deswegen auch zum Beispiel etwas, warum du so Vorträge bei dir einbaust, also sind das so Elemente, wo du gesagt hast, hey, das ist vielleicht etwas, was nochmal zusätzlich Vertrauen aufbaut oder hast du einfach gesagt, hey, das ist einfach Teil von meinem Marketing Mix, ich will bei diesen coolen Events irgendwie dabei sein, gibt es da einen strategischen Ansatz dahinter? Gute Frage, also safe, ich sehe das jetzt genauso. Wusste ich jetzt sagen, nein, also es ist ja einfach so in der B2B-C-Gruppe, in der wir uns bewegen, so, bei mir sind die besten Calls, die ich habe mit Leuten, die jedes YouTube-Video von mir geguckt haben, weil da muss man nichts mehr erklären, über nichts mehr reden, ist ja logisch, dass das größte Golden Nugget, was ich geben kann, für das ganze Thema Vertrauensaufbau, ist Status-Delta. Status-Delta ist ein Konzept von, wenn du es schaffst, zu deinem Interessenten einen Delta aufzubauen, was den Status angeht, dann, also je schneller du das schaffst, desto schneller schaffst du halt Respekt und Vertrauen und desto schneller kauft er bei dir. Crazy-Konzept. So ein Thema Status-Delta, ja, also Status-Delta ist so ähnlich wie Personal-Brand, so, also Personal-Brand heißt ja auch, Personal-Brand schafft das auch, ein Delta zwischen dem, wo die Leute stehen und wo du stehst. Genau, Personal-Brand heißt ja einfach nur, dass du in dem Markt Anerkennung hast dafür, dass du die Expertenperson bist für ein bestimmtes Thema oder Dienstleistung. Und das hast du über Zeit im Markt, das hast du über deinen Content, Touchpoints, Impressionen, Werbung und so weiter und so fort. Zum Thema Status-Delta, da spielen halt super viele Facetten mit rein. Das eine ist so ein bisschen das ganze Thema, wie erfolgreich bist du überhaupt? So, sitzt da hier gerade irgendwie ein 16-jähriger Hans von mir oder sitzt da ein stabilter Unternehmer von mir? Ja. Das ist also das ganze Thema Erfolg und wie du deinen Erfolg zeigst, ist riesiges Thema für Status, weil wir Menschen sind ja sehr einfach gepolt. Wenn wir Bling-Bling sehen und ein Auto und ein Lifestyle, dann denkst du direkt, okay. Bei dem läuft es. Ja. Also das ganze Thema so materieller Erfolg ist sehr simpel, aber das bringt sehr viel für Status-Delta, sehr schnell. Das andere Thema ist natürlich auch dein Auftreten. Deswegen lege ich auch so viel Wert auf die ganze Erscheinung, auf Kleidung, auf Haare. Deswegen habe ich auch unseren Termin verschoben. Ja. Wünschte, dass in dem Präsent jetzt noch geklappt, dann hätte ich das noch besser jetzt validieren können. Aber den ganzen, sage ich mal, Auftritt. weil je, wenn du dich ernst nimmst, nimmt dich dann Interessent auch mehr ernst. So, wenn du da vorsitzst und irgendwie aussiehst wie, es hat zottelte Haare, komisches Shirt, so, kein Mikrofon, komische Kamera, wie kannst du erwarten, dass der dich ernst nimmt. Ja. Und dann natürlich das ganze Thema, was hast du für Content, was hast du für Auftritte, welche Leute kennst du und die spielen alle in das Konzept Status-Delta mit rein. so. Und das führt halt dazu, dass du Vertrauen in deine Audience hast. Weil wenn du, und da ist ein Thema von Auftritte natürlich so, was für Vertrauen sorgt im Markt, weil irgendwie musst du ja auf diese Bühne kommen. Ja. Crazy, weil es sozusagen ja extrem viel auch Social Proof gibt, wenn man auf diesen Bühnen steht sozusagen und vor x Leuten sozusagen redet. Crazy Konzept, Carl A., ich glaube, das ist die große Idee, die ich heute schon mal mitgenommen habe, noch nie von gehört. Und wenn man so drüber nachdenkt, macht das absolut Sinn. Also ich glaube, jeder, der jetzt zuhört oder zusieht, wird sich sagen, ja, das macht absolut Sinn. Und ich glaube auch, und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in den letzten Monaten beobachtet habe, das mich immer weiter auch in YouTube reingefuchst habe, weil ich einfach verstanden habe, wie wichtig dieser Kanal auch ist für den Vertrauensaufbau. Gleiches Spiel bei uns, gegenüber anderen Leuten sich abzusetzen. Und es ist noch so, die alten Formeln gibt irgendwie so, keine Ahnung, mach das regelmäßig, mach das wöchentlich, mach das bestenfalls zweimal wöchentlich. Aber weil ich beobachtet habe, dass die Zeit pro Video, die du hast, zur Vorbereitung halt immer kleiner wird. Wenn du zwei Videos pro Woche machst, hast du vielleicht statt vier Stunden, zwei Stunden pro Video und beides wird mittelmäßig. Und es war auch eigentlich ganz spannend bei dir. Und Sebastian hatte ich das Gefühl, dass ihr mit so einer ganz anderen Formel an YouTube gegangen seid. Und ich weiß doch so, den ersten Guide von irgendwie Sebastian, irgendwie, keine Ahnung, 45 Minuten komplettes TikTok-Ads-Tutorial. Und ich so, was zur Hölle, wer würde sich sowas angucken? Zack marschiert das irgendwie hoch. Ich rede mit ihm und er meinte, Robert, ich glaube, in jeder Agentur in Deutschland wurde dieser Guide ausgedruckt. Und die setzen das jetzt alle um. Und ich so, crazy shit. Es hat bei mir auch ein Weilchen gedauert, bis ich das denn gedreht habe und gesagt habe, hey, es ist eigentlich die Zeit pro Video, die man sich nimmt, dass man eher sagt, hey, was weiß ich, nehmen fünf Stunden oder zehn Stunden für ein Video, statt diese fünf Stunden auf fünf Videos zu teilen. Und als ich das sozusagen realisiert habe, ist bei mir auch ganz anderer Content sozusagen rausgekommen. Ganz andere Leute haben darauf reagiert, weil, was du gesagt hast, viel professionellere Inhalte plötzlich entstanden sind und die Leute plötzlich verstehen, okay, der Typ hat ja wirklich Plan von dem, was er erzählt und kann das auch in einer gewissen Tiefe machen und nicht nur zehn Minuten, drei LinkedIn-Tipps, viel Spaß damit. Also das treibt den Punkt nochmal nach Hause. Ja. Ja, super essentiell. deswegen habe ich auch gerade so ein, nicht so Problem, ich belächle das eher so ein bisschen, wenn ich mir gerade LinkedIn angucke und YouTube und sowas, weil irgendwie jeder denkt auf einmal, er muss eine Personal Brand machen und Content machen und dann kauft man sich irgendwie einen Kurs oder schaut sich ein paar YouTube-Videos an und denkt dann irgendwie, okay, ich ballere jetzt einfach voll, ohne darüber nachzudenken. und dann ist einfach die Timeline voll mit irgendwelchem irrelevanten Kram, Sachen, die schon hundertmal gepostet wurden oder nur das einfach Copy-Paste, was irgendjemand anderes gemacht hat so und nichts ist mehr einzigartig und deswegen, also ich habe teilweise, also ich habe ein Video und das ist glaube ich auch eins der erfolgreichsten Videos, ich habe da über 100 Stunden Zeit reingesteckt. Also ich habe so ein 40, 50 Seiten Dokument gemacht und das hat einfach Wochen gedauert. Aber dieses Dokument, also wenn Leute das durchgucken, das sind über anderthalb Stunden, so, das habe ich auf meiner Bestätigungsseite. Wenn sich jemand bei mir einen Call bucht, kommt dieses Video und dann steht da, schau dir das komplette Video an, weil sonst müssen wir nicht in den Call gehen. und dann kommen die in den Call, nachdem die quasi fast zwei Stunden ein Content konsumiert haben, wo ich alles erkläre, wie wir alles machen und natürlich haben die dann Verständnis davon und irgendwo Vertrauen, dass wir das können. Weil du wirst nicht einfach so ein zwei Stunden Video machen können, wo du ein sehr komplexes Themengebiet komplett runterbrichst, so, ohne davon Verständnis zu haben. Also das ist schon, hast du sehr schön erkannt, dass das sehr, sehr essentiell ist, hohe Content-Qualität zu haben, mehr als die Quantität von Content. Also ich habe teilweise auch wochenlang kein Video mal gepostet, einfach weil es zeitlich nicht gepostet hat. Und da bin ich jetzt auch hingekommen. Ich glaube, wir kommen aus der Gary Vaynerchuk-Dokumentier-einfach-alles-Ära. Und ich glaube, das hat sozusagen sich gedreht und ich habe auch von Homo-Synchulis Zitat gehört, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht gesunken ist der Leute, sondern der Anspruch an Content immens gestiegen ist. Und wie du selbst sagst, deshalb atme ich auch auf LinkedIn und so tief durch, weil ich auch einfach nur diesen Lärm jeden Tag sehe und ich nur fünf Minuten durch den Feed scrolle und denke mir so, wer würde da weiterlesen? Und ich glaube wirklich, das haben erst wenige verstanden, dieses, dass Qualität heute entscheidender ist als Quantität. Und ich glaube, das wird auch noch ein Weichen dauern, weil es bei allen irgendwie ankommt. Was mich noch interessiert, schaltet ihr selber Ads für eure Agentur oder reicht das, was ihr organisch macht, um sozusagen inbound genug Leads zu bekommen? Also wir kriegen sehr viele Leads inbound über das ganze Content Marketing. Ich habe aber auch Mitte letzten Jahres angefangen mit Ads. Ja. Aus mehreren Gründen. Und eine der Hauptgründe war, dass ich den Prozess von Marktdurchdringung und Market Awareness einfach verschnellern wollte. Okay. Weil, wenn ich Content produziere, der nicht darauf ausgelegt ist, Viralität zu erzeugen, dann dauert es einen sehr langen Zeit. Da musst du die Viralität zum Content bringen. Ja. Genau. Dann dauert es einen sehr langen Zeitraum, bis dieser Content Marktdurchdringung und Market Awareness hat. Ja. Und dementsprechend wollte ich das ganze Content Marketing befeuern durch Paydads. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch auf allen Plattformen was live, so, das jetzt Facebook, Insta, LinkedIn oder Twitter ist, einfach um quasi diesen Prozess von organischem Content Marketing zu befeuern, dass das mehr Leuten ausgespielt wird. Also teilweise habe ich auch einfach nur bestehenden Content auf Twitter oder LinkedIn beworben, so, damit das mehr Leute erreicht. Reicht ja auch völlig. Ich glaube, wenn die Leute dann in deinen Kosmos kommen, das reicht ja meistens aus, damit sie dann konvertiert werden. Ja. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, es ist eine ziemlich simple Rechnung, wenn ich freien Cashflow zur Verfügung habe und irgendwie 20, 30.000 im Monat reinstecken kann in Werbung dafür, dass mich jeder sieht und ich quasi diese ganze Reichweite und Audience viel schneller aufbauen kann, so. Ja. Dann mache ich einen Quantum Leap im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern, so, die das nicht machen. Das heißt, ich battle quasi nicht nur dieses organische Content Game, was ich quasi gewinne, sondern ich befeuere quasi diesen Fortschritt und Vorsprung durch Paid Ads und baue damit nochmal einen, wie nenne ich das jetzt am besten? Einen Burggraben auf. Einen Burggraben, einen Vorteil, such dir ein Wort aus, was die halt nicht mehr aufholen können. Und das ist eigentlich auch so ein Hauptding, weil du wirst die Ads wahrscheinlich auch jeden Tag fünfmal sehen auf dem Ads bin, wo die gerade laufen. Ja. Und auch du wirst nie Kunde werden, außer du denkst dir mit 50, ich kaufe jetzt nur noch eine E-Com-Brand, weil ich einen Exit machen will aus Spaß. Und vielleicht melde ich mich dann bei Karl, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber trotzdem bin ich die ganze Zeit in deinem Kopf. Genauso wie Sebastian. Voll. Ich glaube, das ist auch, ich habe mich lange davor gedrückt, muss ich sagen, vor Video-Ads. Aber irgendwann habe ich so gesagt, ich glaube, das ist so der Olymp in Ads. Und ich, keine Ahnung, seit fünf, sechs Jahren schalte ich schon Werbeanzeigen. Facebook auch, alles hoch und runter. Immer Bilder gemacht. Und ich dachte mir so, oh, vor die Kamera, das ist schon was. Aber das, was du auch gesagt hast, glaube ich, wenn du immer wieder im Feed bist, baust halt unendlich Vertrauen einfach auf. Selbst Leute, die dich das erste Mal gesehen haben, wenn die dich über Monate sehen, auch in, glaube ich, unterschiedlichen Situationen in den Ads, die kriegen auch irgendwann das Gefühl. Ich habe mal das gehört, dass wir unsere Eltern nur mögen, weil wir so viele Impressions als Eltern unseren Kindern ausliefern. Dass es halt wirklich dieses Phänomen gibt, umso häufiger du jemanden siehst, desto mehr magst du ihn. Ich glaube, das ist ein Mirror-Exposure-Effekt oder so. Und ich glaube, das Gleiche kriegst du halt in Ads auch hin, dass du halt, umso häufiger du gezeigt wirst. Und das kriegt man halt nur durch Video-Ads hin. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein kleiner Burggraben, dass sich wenig Leute vor die Kamera trauen. Und wenn sie sich vor die Kamera trauen, muss sie auch noch irgendwie halbwegs authentisch sein, dass die Leute halt das spüren, dass du das wirklich bist und da wirklich dahinter schießt. Weil ich habe das Gefühl, in Videos kann man am Ende relativ wenig faken. und das ist, glaube ich, das Coole, dass das auch nochmal Vorsprung ist. Deswegen bin ich auch so ein großer Befürworter von dem ganzen Video-Content. Weil das Schöne an Menschen ist, dass sie intuitiv, unterbewusst ein Gehirn haben, was ja Millionen von Jahren trainiert wurde und was einfach fühlt und dir unbewusst bemerkbar macht, ob dein Gegenüber, ob der das meint, was er sagt, ob er von sich selbst überzeugt ist, ob er weiß, worüber er redet. So klar kann man das irgendwie so ein bisschen faken und Leute verwirren und sowas. Aber ganz tief innen drin verstehen die das intuitiv. Und deswegen liebe ich Video-Content, weil ich weiß, das cuttet schon mal 99% vom Markt, weil die einfach nicht vor die Kamera gehen können. Und wenn sie vor die Kamera gehen, ist es wack. Ja, das ist so witzig. Funnel-Hacking-Live von Russell hier, Clickfunnels. Ich glaube, es waren 5000 Leute im Raum. Ja. Und er meinte, wer weiß, dass Video-Content wichtig ist? Alle 5000 stehen auf. Wirklich. Jedem war klar, dass Video-Content ist. Und dann so, wer von euch bleibt stehen, hat denn schon sein erstes Video gepostet? 4500 gefühlt setzen sich wieder hin. Und da dachte man sich, was für uns beide vielleicht so natürlich ist mittlerweile, weil man einfach gewohnt ist vor der Kamera, ist, glaube ich, einfach eine Urangst für viele, vor die, sozusagen vor die Kamera zu gehen. Und ich glaube, das ist halt super spannend, dass es wirklich auch in dem Fall wieder so eine Hürde ist, die nicht viele Leute nehmen. Und selbst wenn man es macht, ist es ja auch noch ein verdammt langer Weg, darin richtig gut zu werden. Also wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, es gibt noch so erste Videos von mir beim alten YouTube-Kanal, der auf irgendwie 60.000, 70.000 Abonnenten gewachsen ist. Wenn ich mir die heute angucke, denke ich mir, I've come a long way. Und ich weiß auch noch, wie ich mir ins Hemd gemacht habe. Hieß Fünf Ideen. Jetzt läuft er unter Dave Brich. Der hat mein, ja, der hat das irgendwann übernommen. Wir haben so Sachbücher animiert und zusammengefasst. Das war ein Riesenhype, in Amerika. Und das war tatsächlich auch der Moment, als ich aus der Unternehmensberatung gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Hab diese Bücher zusammengefasst, wie Rich Dad, Poor Dad, Wie man Freunde gewinnt, Investment Punk. Ja, safe. Also da hörst du meine Stimme im Hintergrund. Wie geil ist das denn? Wirklich. Und dann haben wir die ersten Videos vor der Kamera gemacht. Ich habe mich eingenässt. Wirklich. Als das erste Video online gegangen ist. Ich hatte so eine Angst, aber die Leute waren alle mega happy, haben das total gefeiert, was wir gemacht haben und irgendwie haben wir nie ein Business Case daraus sozusagen hinbekommen. Insofern habe ich damit irgendwann aufgehört. Aber es war halt ein cooles Asset, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren realisiert habe, dass ich, glaube ich, vor der Kamera recht gut bin und das auch in den letzten Jahren verstärkt habe und merke einfach, dass es wirklich ein krasser Wettbewerbsvorteil ist, wenn man guten Videocontent macht. Und ich glaube, bei dir ist es auch ein schöner Vorteil. Was mich interessiert, Karl, ich habe das Gefühl, gerade in dieser Agenturwelt gibt es so zwei Lager. Es gibt irgendwie, und da wäre es spannend, auch mal deine Hypothese zu hören. Es gibt das eine Lager so, Kaltakquise, Direktnachrichten, zum Telefonhörer greifen und irgendwie so Attacke rausgehen. Und dann gibt es so Leute wie dich irgendwie, die gemütlich da sitzen, Content machen und die Leute inbound irgendwie zu eurer Agentur sozusagen kommen. Was ich das Gefühl habe, und das ist meine Hypothese, die ich gerne zur Diskussion bei dir rausstelle, dass es selbst unter den Gründern, die für die Akquise verantwortlich sind, nochmal zwei Lager gibt. Es gibt die Lager, die mehr Sales-lastig sind. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel an Maruan denke, habe ich das Gefühl, dass der Sales-lastiger ist und deshalb auch ein Sales-Team sehr erfolgreich aufgebaut hat. Und dann gibt es noch ein Lager, was mehr Marketer ist und da würde ich uns irgendwie so dazu zählen, die dann halt sich mehr auf Content konzentrieren, auf Ads konzentrieren, auf Funnel konzentrieren. Und ist das auch die Teilung so in der Agenturenwelt, dass es einfach Founder oder Co-Founder gibt, die Sales-lastiger sind und dann ein großes Sales-Team aufbauen für die Agentur und ein Lager, was mehr Marketing-lastig ist und dann Funnel-Speaking und Ads und sowas alles macht und Content? Ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich die Personalities oder Skillsets unterteilen würde in jetzt Marketing und Sales. Ich würde auf jeden Fall bei mir sagen, dass mein Skillset eher im Thema Marketing liegt. Aber auch Sales ist zumindest im E-Commerce-Markt, in dieser B2B-Sophisticated Audience, halt nicht mehr dieses du verkaufst an SunArts Legion mit einem Sales-Skript. Ja. Also wenn ich da sitze in einem Call und ein Sales-Skript vorlese, dann geht der Typ nach zwei Minuten raus. Weil der denkt sich so, ey, sorry, aber ich mache jetzt 20 Mio im Jahr und du liest hier einen Baulig-Sales-Skript vor. Ich weiß noch, wie ich Erklärfilme angefragt habe. Fünf Anbieter, ja. Und jeder im Gespräch gefragt hat, ob ich denn heute im zweiten Satz eine Entscheidung treffen könnte. Na. Und ich habe wirklich allen abgesagt. Und ich war so, wer wirklich irgendwie einen Gründer, der ein bisschen Plan hat, im zweiten Satz fragt, ob er heute eine Entscheidung treffen kann, da bin ich raus. Ja. Aber deswegen, also ich habe auch so Respekt vor Maron, weil ich sage mal, der hat ja auch eine andere Audience. Also die Audience sind ja diese Solo-Selbstständigen oder die, bei denen es gerade ein bisschen anfängt zu laufen. Das ist ja von der Sophistication und Awareness viel weiter hinten, als ein Unternehmer, mit dem ich spreche, der 10 Millionen im Jahr macht. Also mach mal in Deutschland 10 Millionen im Jahr. Das heißt, es ist gar nicht so, dass Skillset, würde ich jetzt unbedingt sagen, sondern einfach nur das Verständnis davon, wer ist deine Kundengruppe und die hast du mit denen umzugehen. Wenn ich jetzt irgendwie mit einem mit einem Solo-Selbstständigen sprechen würde oder jemand, der eigentlich einen Hauptjob hat und nebenbei ein bisschen Freelance und da kein Dialed-in-Sales-Prozess und Sales-Skript hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht viel Geld machen. Gleichzeitig würde ich das machen, was Maron macht bei meiner Zielgruppe, dann würde es halt wahrscheinlich einfach nicht funktionieren und die würden mir einen Vogel zeigen und sagen, so red mal mit mir als welcher Mensch. Weil wie gesagt, die haben schon 100 Sales-Calls gemacht. Und da ist für mich wieder das Thema. ich habe mir das Skillset angeeignet, womit ich im Verkaufsgespräch mit dieser Zielgruppe performe. Würdest du mich jetzt aus diesem Kontext rausnehmen und in einen Kontext packen, wo, kann man, Quantität gezählt ist. Zahnarzt-Akquise oder so. Ja, oder sowas oder sowas zählt oder was auch immer, dann würde ich wahrscheinlich einfach nicht performen. Ja. Weil ich halt einfach einen anderen Approach habe. Weil bei mir auch mit einem Sales-Cyklus der teilweise zwölf Monate geht, wo es irgendwie auch teilweise super relevant ist, dass die viel Content konsumieren oder sag mal selber probieren oder irgendwie aus dem ersten Call rausgehen und wie wir nochmal nach sechs Monaten sprechen oder sowas, mache ich halt einfach nicht dieses Hochdrucks-Sales. Ja. Bei mir ist natürlich auch der Name super wichtig und wenn ich jetzt irgendwie zwei Jahre lang durch Hochdrucks-Sales mit irgendwelchen manipulativen Techniken und Skripten mache, so, dann wird der Name und die Personal Brand wahrscheinlich ziemlich schnell die kleinen, weil dann ein paar Leute sagen würden, ich war in einem Call mit Karl und der hat nur Kacke gemacht. Der hat richtig gedrückt. Ja, da muss ich direkt eine Entscheidung treffen. Das ist ein gutes Modell. sehen, also dass du quasi, dass es gar nicht so darum geht, dass unterschiedliche Skillsets sind, sondern dass du halt davon abhängig bist, wo du mit deinem Businessmodell, welcher Zielgruppe und Kundschaft du gegenüber sitzt und was dafür halt gebraucht wird, weil ich finde es immer so schwierig, wenn Leute halt Sales, Marketing, was auch immer, über einen Kamm scheren so komplett. Das stimmt. Dann denkst du, nee. Da gibt es dann doch kleine Unterschiede, abhängig von Zielgruppe etc. Das ist eine perfekte Überleitung, Karl, was mich interessieren würde. Du hast einen extrem entspannten Eindruck und ruhigen Eindruck. Wie organisierst du dich? Weil ich habe das Gefühl, gerade auch in deiner Position gibt es ja wahrscheinlich eine Million Ideen, eine Million Projekte. Ich habe so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst. Da trage ich gefühlt jeden Tag 20 Ideen ein, was ich alles machen könnte. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so ganz klare Sachen pro Quartal, pro Woche, so große Dominosteine, die irgendwie einen Unterschied machen oder wie gehst du an die Selbstorganisation ran? Gute Frage. Also mein Prozess ist ziemlich simpel und zwar heißt der, ich muss dafür sorgen, dass ich viel Energie aufbringen kann mit viel Fokus und das auf den richtigen Fokuspunkt setze, damit der Output maximiert wird und das über einen möglichst langen Zeitraum mache, damit ich einen Kaum-von-Effekt ernte von Output. Und jetzt die Frage nur, wo du die Energie, genau. Das ist erstmal sacken. Das ist crazy shit, ey. Ja. Aber das ist eigentlich der komplette Prozess. Um das mal so ein bisschen runterzubrechen, du als Founder bist dafür verantwortlich, dass du produktiv bist über einen langen Zeitraum und deinen Fokus, wie sagt man, beschützt und den auf die richtige Stelle setzt, wo du spezifisch in deinem Business den höchsten Hour hast und das über einen langen Zeitraum machst. So, das ist das eigentlich runtergebrochen. Das heißt, ich setze mich hin und schaue mir an, okay, wie muss ich meine Routine strukturieren, wie hat das auszusehen, an welchen Sachen muss ich arbeiten und dann mache ich es einfach. Klingt wieder simpel, die Umsetzung ist dann natürlich wieder schwierig, aber das ist eigentlich schon das ganze Ding. Das heißt, auf meinen Case jetzt bezogen, mein größter ROI ist natürlich Content Production und Sales. das heißt, ganz simpel, ich gehe morgens, also ich sage mal, aus Wochenperspektive ist Montag und Dienstag komplett geblockt für Content, Mittwoch bis Freitag Vormittags ist geblockt für Deep Dives in Richtung Prozessoptimierung und Mittwoch bis Freitag komplett Nachmittag und Abend ist frei für Calls. So, das ist meine Woche. die Strukturierung pro Tag ist dann, dass ich aufstehe um 6.30 Uhr um 7 Uhr ins Gym gehe, Cardio mache, trainiere, so um 9 Uhr anfange zu arbeiten, dann bis 12 Uhr mein Deep Dive Bock habe, dann eine Stunde Mittagspause mache, dann irgendwie nochmal zwei, drei Stunden Deep Dive mache, dann kurze Pause, dann nochmal Deep Dive und fertig. So, das Montags bis Freitags durchziehen, dann Wochenende halt einfach komplett rechargen und wieder von vorne. Also, es ist eigentlich auch ziemlich simpel. Ich cutte halt einfach, also ich optimiere quasi meine ganze Routine da drauf, dass ich diese fünf Bereiche erfülle, die wichtig sind. So, ich optimiere meine Routine da drauf, dass ich viel Power habe, damit ich produktiv sein kann. Ich optimiere die Routine darauf, dass ich viel Fokus habe, damit ich diese Power richtig channel, also richtig channelen kann. Ich optimiere meine Routine darauf, dass ich an den High-SRI-Test habe, damit mit viel Power, mit dem richtigen Fokus auf die richtige Stelle geht. Und dann optimiere ich die Routine da drauf, dass ich das möglichst langfristig durchziehen kann, damit der kaum von Effekt kommt über Zeit. Das heißt, dass ich natürlich auch zwischendurch recharge und sowas. Und dann. Ich glaube, das muss man vielleicht für jeden, der zuhört oder zusieht, glaube ich, machen. Ich glaube, die Kunst ist, die Sachen simpel hinzubekommen. Und ich glaube, das ist die höchste Form eigentlich der Kunst, das irgendwie hinzubekommen. Und so einen klaren Kalender für sich zu haben, macht ja auch, glaube ich, gibt einem viel Energie, in den Sachen richtig gut zu werden. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen jemandem, der jeden Tag, jede Minute irgendwo hinspringt und irgendwie all over the place ist. Und dann kommt natürlich außerordentlicher Content dabei raus, wenn du zwei Tage dafür hast. Und da kommen natürlich auch richtig gute Sales-Calls wahrscheinlich dabei raus, wenn du genau an diesen Tagen aufgeladene Batterien hast und da einen richtig guten Job machen kannst. Ja. Und die haben kein Compound-Effekt, weil sie kein Momentum aufbauen oder halten. Und eins von den vieren ist immer der Fall, dass sie in irgendeiner Area abkacken und dann kackt das Business ab. Und dann denken sie, oh, was passiert? Das war eigentlich simpel. Das ist einfach nur eines der vier essentiellen Sachen nicht umgesetzt. Und ja, also wie du so schön gesagt hast, es ist simpel und die meisten Leute verkomplizieren es komischerweise immer. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das Ding. Gibt es Leute, die dir zuarbeiten oder machst du das alles sozusagen in eigener Regie? Es ist spannend, weil wir ja 41 Leute sind. Das heißt, jetzt gerade sind alle unter Lars quasi. Also von der Organe, natürlich unter Lars und mir, aber ich sage mal, vom Veranstaltungsbereich habe ich ja alle unter Lars, weil das alles Product ist. Aktuell habe ich nur eine Assistenz. Also das heißt, dass ich die ganzen Tasks, anderen Tasks delegiere. Content Sales habe ich bis dato zu 100% allein gemacht. Ich fange jetzt gerade damit an. Also in zwei Monaten startet unser erster Sales Rap, wenn ich rampe, weil dann bei mir nochmal die Woche 10, 15 Stunden frei werden einfach an Zeit, die ich woanders reinvestieren kann. und dann werde ich mal schauen, inwiefern ich jemanden habe, der für Content zu arbeitet. Aber bis dato alles in meinem Bereich komplett durch mich gemacht. Ich glaube, da kannst du dir krass auf die Schulter klopfen. Also so eine Organisation mit irgendwie 41 Leuten sozusagen nicht nur durchzufüttern, sondern dass die auch wächst und das sozusagen alleine als Marketer und als Sales Guy, also jeder, der jetzt zuhört oder zusieht, sollte da nochmal Notizen machen, weil dieses Modell, Karl, was mir direkt in den Kopf kommt, ich weiß nicht, ob du mal Essentialism gelesen hast, das Buch, da gibt es diese einfache Darstellung sozusagen, irgendwie so einen Kreis und in acht Richtungen gehen Pfeile, so als Darstellung sozusagen, dass du acht unterschiedliche Tasks machst und dann gibt es sozusagen einen Kreis und du machst nur eine Aufgabe und der, weißt du, und das kam direkt in meinen Kopf, dass ich dachte wirklich so, auch zu überlegen, wo hat man jetzt den höchsten ROI als Unternehmer, was sind wirklich die Aufgaben, die einen Unterschied machen und auch Energiehaushalt etc., ich glaube, das sind nur unterschätzte Komponente, auch Sport zu machen, sich richtig zu ernähren, musste ich auch erst in den letzten Monaten tatsächlich irgendwie lernen, immer irgendwie so ignoriert und jetzt dazugenommen und dachte mir so, ey, es macht einen gigantischen Unterschied und ich glaube, es fehlt in der Diskussion und umso cooler ist, dass du das sensibilisierst. Wenn wir auf der Zielgeraden sind, zwei Sachen interessieren mich wahnsinnig. Zum einen sozusagen, was deine persönlichen Highlights waren in den letzten Jahren und womit ich eigentlich die Folge super gerne auch ein Stück weit abschließen würde, wenn das okay ist für dich, was deine Tiefpunkte waren und was du gemacht hast, um da wieder rauszukommen. Weil ich habe das Gefühl, ja, es ist natürlich im Sinne vom Status-Delta, dass man nach außen natürlich jeder von uns immer seine beste Seite zeigt. Ich habe aber das Gefühl, auch gerade für jeden, der sich das Interview anhört, mal so ein bisschen zu horchen, was sind so Tiefpunkte, die du erlebt hast und vor allem, wie bist du rausgekommen? Weil ich glaube, wir alle werden entlang des Weges struggeln und da so ein paar Rezepte zu hören, das wäre natürlich cool. Safe, sehr gerne. Also Höhepunkte eigentlich waren, also Höhepunkte und Tiefpunkte eigentlich waren die letzten zwei Jahre im wöchentlichen oder teilweise monatlichen Abschnitt geprägt von nur Hochpunkten und Tiefpunkten. Also ich habe so ein Konzept, was ich immer mit Basti sage, ist High Highs, Low Lows. Jeder Unternehmer kennt das, Unternehmertum ist Montag, du fühlst dich, als könntest du die Welt besiegen, Dienstag nicht, Mittwoch wieder, Donnerstag nicht und das ist einfach das Ganze, die ganze Zeit so. Meine persönlichen Höhepunkte ist vor allem, wenn ich quasi ein Feedback kriege für den Input, den ich liefere. Oder eine Validation dafür, dass das, was ich mache, klappt. Das heißt, mein Höhepunkt war vor allem über die letzten zwei Jahre so ein paar zentrale Events so als Speaker. Einfach Events, wo ich irgendwie, die ich jahrelang verfolgt habe und auf einmal bin ich da irgendwie auf der Hauptbühne, so wie zum Beispiel Affiliate World in Bangkok letztes Jahr oder dieses Wittau Live in Oxford Union, also auch so Sachen, die sind einfach einmalig und da kommst du gar nicht ran. Also es wird wahrscheinlich nie wieder irgendwie ein Event in Oxford Union geben im E-Commerce. Solche Sachen. Eigenes Event, also für mich war das ein riesiges Ding im Dezember in Dubai, ein Event auf die Beine zu stellen, irgendwie, was mir nochmal gezeigt hat, was so möglich ist, weil wir innerhalb von viereinhalb Wochen von Entscheidung, wir machen Event zu wir haben das Event, ein Event auf die Beine gestellt haben mit 150 Leuten, was über 100.000 Euro gekostet hat. Also wir haben, also die Background Story ist, dass ich den Arien angerufen habe, guter Freund von mir und es war schon geplant, dass wir nach Bangkok fliegen und danach in Dubai ein paar Tage haben. Bangkok fliegen in dem Auftritt in Affiliate World und Dubai dann einfach ein paar Tage runterkommen vor Weihnachten und dann habe ich viereinhalb Wochen vor dem Darjun, dass das Event stattgefunden hat, das heißt so Mitte November irgendwann Arien angerufen und gesagt, hey Bro, nach Dubai, nach Bangkok sind wir doch ein paar Tage in Dubai, dann lass doch ein Event machen. Ja. Dann war die Initialidee, so ein kleines Event zu machen, weil ich habe ja schon Hamburg und Barcelona gemacht, jeweils mit 60 Leuten, so das kann man easy auf die Beine stellen. Irgendwie lass irgendwie 30, 40, 50 Leute machen. Also ja, okay, komm, lass dich noch mit einem anderen Kollegen sprechen, hier in Dubai wohnen. Und der meinte dann direkt, lass mal ein größeres Event machen, lass mal so 100, 200 Leute machen. Ja. Und dann ging es irgendwie in so einem Zeitraum von drei, vier, fünf Tagen von, wir machen irgendwie eine kleine Mastermind zu, wir müssen mal ein bisschen auf die Kacke hauen und mal zeigen, dass wir die krassesten sind. Ja. Hinzu, wir haben dann uns die drei luxuriösesten Locations angeguckt in ganz Dubai, das ist das Address JBR, das Aura Skypool und Atlantis The Royal. Und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir das Atlantis The Royal komplette Rooftop mieten für dieses Event und also nur das Rooftop für ein paar Stunden irgendwie, sieben Stunden oder so, hat schon 50k gekostet. Also nur das Rooftop ohne alles. Und das halt auch so in einem Zeitraum irgendwie, in dem Zeitraum waren das glaube ich noch so 20 Tage oder sowas, weil wir haben 18 Tage vor dem Eventdatum quasi den Vertrag unterschrieben zu wir legen 50k auf den Tisch für das Rooftop. Holy shit. Und dann waren ganz viele verrückte Sachen und dazu kommen dann natürlich, wir haben dann noch einen zweiten Tag gemacht, wo wir irgendwie eine Superjacht gemietet haben. Wir haben super viel gemacht drumherum, was du natürlich auch alles bezahlst mit Eventmanagement-Team, mit DJing, mit Fotografen, Videografen und Hass nicht gesehen und so. Und am Ende haben wir irgendwie knapp über 100k für das Event ausgegeben. Also es war... Aber hättest du mich gefragt, dass auch die Zielgruppe so spontan ist, in den Flieger zu steigen und bei so einem Event dabei zu sein, ist halt auch geil sozusagen von den Möglichkeiten eigentlich, ne? Weil man ist glaube ich manchmal so, oh Gott, wenn man nicht zwei Monate vorher die Leute zum Termin einlädt, dann kommt ja heute keiner mehr. Aber wenn man so ein Event wie ihr da auf die Beine stellt, dann können die Leute gefühlt morgen in Flieger steigen und sind dabei. Also das war verrückt. Also es sind Leute aus Los Angeles angeflogen, aus komplett Europa, aus Dubai. Das war crazy. Und also um das abzuschließen, die Story, in Dubai brauchst du für alles eine Lizenz. Ja. Du brauchst eine, also vor allem in alles, wo du Geld machst oder irgendwie Umsetzung. Das heißt, du brauchst eine Event-Lizenz, du brauchst eine Musik-Lizenz, du brauchst eine Ticket-Lizenz und so weiter und so fort. Und dadurch, dass alles so Last-Minute war, haben wir die Lizenz dafür, dass wir das ganze Event machen dürfen. Das Event war Dienstag und Mittwoch. Die Lizenz, dass wir das ganze Event machen dürfen, haben wir am Montag morgen bekommen. Das heißt, achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Am Donnerstag, also Dienstag, Mittwoch Event, Donnerstag davor, hat die Event-Managerin angerufen und gesagt, die Regierung hat das Event verboten. Weil zu dem Zeitraum, wo wir das Event gemacht haben, war ja die Cop-28-Delegation, dieser Klimagipfel. Und die waren im Atlantis-Royal positioniert. Und die Regierung hat dann gesagt, nee, wir sind jetzt hier, die können hier kein Event machen. Und dann wurde uns am Donnerstag gesagt, ihr könnt hier kein Event machen am Dienstag. Und dann mussten wir am Donnerstag, also Freitag, Sonntag, Sonntag, Montag, vier Tage vor dem Event nochmal die Tage umswitchen, die Yacht nach vorne ziehen und das Atlantis einen Tag nach hinten schieben. Also es war von vorne bis hinten das Stressigste, was ich je gemacht habe und gleichzeitig so das Krasseste, weil es dir einfach gezeigt hat, du kannst auf einem super kurzen Timeline etwas so Großes bewegen und irgendwie 150 Leute dahin bringen und krass auf die Kacke hauen und das war echt einer meiner Höhepunkte, weil es mir einfach gezeigt hat, was möglich ist. Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich, das sprengt ja nochmal so den Horizont der Möglichkeiten und das muss ja auch ein irgendwie Bad der Gefühle gewesen sein, wenn dir irgendwie gesagt wird, ja nee, das findet nicht statt und Lizenz habt ihr ja auch noch nicht und die Leute schon alle ihre Flüge etc. gebucht haben. Crazy Shit. Und du 100.000 Euro im Nacken hast, die du schon gepaid hast. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal die Zahlen von Russell oder so gehört mit Clickfunnels, ich glaube, da sind die irgendwie eine Million oder so oder zwei sogar in Kosten drin und meine Events sind so eklig, weil irgendwie in den letzten zwei Wochen buchen irgendwie 80% der Leute und bis dahin tut sich irgendwie gar nichts und jedes Jahr zittert er irgendwie und ich dachte mir so, das ist echt, ja, das ist ein Spiel, was man erstmal verstehen muss. Ja. Ja, so viel zum Thema Hochpunkte. Ja, Tiefpunkte gibt man noch zwei, drei. Also wir hatten schon, ich glaube, dreimal die Situation, dass wir so richtig heftig mit dem Rücken gegen die Wand waren und das ist so ein Ding war von wegen, äh, bei so einer schnellen Skalierung, also vor allem 2022 sind wir von 5 auf 35 Vollzeit gegangen. Krass. Dann sind wir letztes Jahr von 35 auf 41 gegangen, aber ich sage mal vor allem 2022 mit, äh, du baust dir quasi in einem sehr kurzen Zeitraum einen riesigen Fixkostenblock auf, so. Ähm, und dann gibt es irgendwelche Schwankungen im Markt, so, weil auf einmal irgendwie, äh, die Konsumenten nicht mehr so viel Geld haben, die E-Commerce Brands nicht mehr so viel Geld machen, Kosten cutten und dann fallen die auf einmal irgendwie, keine Ahnung was, 50.000 im Monat weg, äh, an Cashflow, so, und du sitzt da und denkst so, Alter, ist ja nicht so, als wären wir irgendwie ganz frisch, ist ja, ähm, es liegen jetzt keine Mios auf der Bank an liquiden Mitteln, die wir irgendwie haben, so, das ist jetzt hier alles sehr knapp berechnet, ähm, und wo es halt, äh, zwei, dreimal so aussah, als würden wir halt, äh, pleite gehen, so, und, äh, das hatten wir 2022, das hatten wir 2023, so, zwischendurch, einfach, weil du natürlich, äh, so einen Fixkostenblock hast, also ich meine, bei, äh, irgendwie 41 Leuten auf der Payroll, kann man sich ziemlich einfach ausrechnen, einfach schon mit dem Durchschnittsgehalt und Arbeitgeberkosten, plus dann nochmal irgendwie den ganzen, äh, Gemeinkosten, die dazukommen, plus Events, plus Adspend, was das so eine Payroll ist, oder, manch die Kosten, wo natürlich auch ein gewisser, äh, Einnahmen reinkommen muss, um das Ganze Rad am Laufen zu halten, und das waren halt solche Themen, wo du als, äh, Founder, der natürlich die Verantwortung trägt für das ganze Unternehmen und die ganzen Mitarbeiter, äh, 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 schon so denkst, okay, das hier gerade brenzlig, das ist gerade nicht so entspannt, da müssen wir irgendwie durch und jetzt müssen wir voll Gas geben, weil sonst gibt's das Unternehmen in, äh, drei Monaten nicht mehr. Aber du hast ja nicht wirklich jemanden, wenn du gesagt hast sozusagen, dass die 41 ja mit den Kunden sozusagen beschäftigt sind, du hattest ja niemanden sozusagen, wo du sagen kannst, so, let's go, sondern du musstest ja in den Spiegel gucken, ne? Ja, aber am Ende des Tages ist ja das ganze Unternehmertum, das auf dir die ganze Verantwortung liegt. Voll. Also solange du nicht irgendwie 100 Millionen im Jahr machst und irgendwie nur noch Präsident bist und C-Level komplett drin hast mit Geschäftsführer, bist du halt Hauptverantwortlich für alles, was gut läuft und für alles, was schlecht läuft. Und, äh, da war es ziemlich schnell klar, dass es an Lars und mir liegt, das ganze Schiff umzudrehen und, äh, ja, aber das sind eigentlich so die, die krassesten Sachen, die passiert sind und das auf einer geringeren Scale von man denkt, es funktioniert nichts und sowas, hast du ja immer wieder. Ja. Ey, das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, Karl, auch diese auch mal ein, weil ich glaube, wenig Leute reden auch über diese Misserfolge und ich glaube, ey, die Momente habe ich auch in den letzten ein, zwei Jahren erlebt, dass man irgendwie auf sein Bankkonto guckt und sich denkt so, oh, das wird schon langsam irgendwie knapp, ne? Und ich dann immer denke, irgendwie auf magische Weise kriegt man es dann doch irgendwie gedreht und ich glaube, das ist auch das Spiel, in dem wir sind, ne? Um vielleicht auf die Zielgerade vom Interview zu kommen, wo geht die Reise hin für Karl? Was ich so ein bisschen wirklich noch rausgekitzelt bekommen will, du hast so gesagt, dass das Feedback sozusagen von Leuten dir sehr viel bedeutet, ne? In deiner Arbeit. Was treibt dich an? Ne? Also was sind so Meilensteine vielleicht auch in den nächsten drei bis fünf Jahren, wo du sagst, die ziehen dich irgendwie richtig oder ist es wirklich jeden Tag richtig, gute Arbeit zu machen? Also, um mal so auf das Thema einzigen, was treibt mich am meisten an und auch so das Feedback-Thema. Mit Feedback meine ich damit nicht, dass es mir wichtig ist, dass halt andere Leute sagen, hey, geil gemacht oder so, sondern eher so Feedback im Sinne von Bestätigung, dass das, was ich mache, funktioniert. Also Beispiel, ich mache ein großes Event, es funktioniert. Beispiel, ich mache eine bestimmte Marketing-Kampagne, es funktioniert. Beispiel, ich überlege mir ein Angebot, es funktioniert. Also das meine ich eher mit Feedback. Zum Thema, was mich antreibt, um mal so die Long-Story-Short zu geben, ich war in meiner Jugend immer, ich habe mir schon sehr früh, war es für mich irgendwie schwierig, so Anklang zu finden und sowas. In der Schule, mit so 14, 15, 16, weil ich immer dachte, dieser ganze Kram, den wir hier durchgehen, will ich eh nicht machen. Da macht man sich Freunde in der Schule mit. Ja, das war einfach so mein Ding. Also ich war eigentlich immer Einser-Schüler bis so 11, 12 Jahre, dann fing Pubertät an, dann habe ich alles hinterfragt und dann dachte ich so für mich, ey, ich will den Kram hier nicht machen. Ich will niemals angestellt sein, ich will niemals, ich will hier nicht rumhängen und irgendwie mir von jemand anderem was sagen lassen und das war eigentlich so eine Journey von so 2, 3 Jahren, wo ich halt so komplett nicht wusste, wohin und dann habe ich mit Anfang 16 in den Sommerferien eigentlich so jeden Tag ein Buch gelesen und super viele YouTube-Videos konsumiert von Tony Robbins, Grant Cardone, Tai Lopez und damals auch sogar noch so Patrick Reiser, Mischa Janicek und die waren irgendwie alle selbstständig, das waren alles Unternehmer und dann hat sich bei mir halt so sehr stark die Connection im Kopf gemacht von jemand, der ein erfolgreiches Leben hat, freies und macht, was er will, so, der ist irgendwie Unternehmer und dann dachte ich schon mit 16, okay, du musst Unternehmer werden und damals habe ich irgendwie dann angefangen zu googeln, was kann man so machen, Longstreet Short, habe mit 16 angefangen, Sneaker zu verkaufen, habe dann immer wieder Projekte gestartet, habe neben der Uni auch eine Brand gemacht, Amazon FBA, dann jetzt halt zum Freelancing und jetzt zur Agentur und mein Hauptding über diesen ganzen Werdegang, was jetzt fast 10 Jahre sind sogar, war halt dieser Antrieb von ich will irgendwann anderen Leuten quasi dieses Vorbild sein von dem, was ich halt damals hatte, so, um halt den Weg aufzuzeigen und dafür war mir schon mit 16 klar, dafür muss ich sehr erfolgreich werden, weil wenn ich jemand anderen was erzählen möchte, da sind wir wieder beim Thema Status Data und irgendwie ein Typ bin, der nichts erreicht hat im Leben, der weder gut aussieht, noch einen guten Körper hat, noch Frau, Freunde, Hobbys, Skills oder ein Business hat, sondern wird dir keiner zuhören und dann wirst du dich für mich, ich muss ein sehr erfolgreicher Mensch werden und für mich ist Erfolg nicht Geld auf dem Konto, sondern Erfolg ist für mich halt ein sehr starker Charakter, so in allen Ebenen und halt auch Erfolg in allen Lebensbereichen und da ist halt Unternehmertum natürlich ein, sag ich mal, Hauptpunkt von, damit ich dann irgendwann an dem Punkt bin, dass ich Leute inspirieren kann mit dem, was ich mache und das ist eigentlich die schönste Validation über den Weg ist halt von anderen zu hören und das hatte ich jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren immer häufiger, dass Leute gesagt haben, wegen dir habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen, wegen dir habe ich angefangen, eine Agentur zu gründen, wegen dir konnte ich das machen, wegen dir konnte ich das machen und die ganz langfristige Vision ist halt irgendwann für vor allem Jugendliche wie so eine Strahlkraft zu sein, wie halt so eine Figur, die denen zeigt, was sie machen können und einerseits sehe ich, dass es irgendwie immer schwieriger wird für Jugendliche heutzutage mit Social Media und andererseits sehe ich, dass die meisten finden sich halt so hilflos und wissen nicht wohin und wissen nicht wie und so. Hey, umso mehr ist, glaube ich, dann wichtig, da irgendwie da zu sein und den Leuten irgendwie Mut zu machen und ein Vorbild zu sein. Krass, Karl, ich glaube, das ist die reflektierteste Antwort, die ich jemals bekommen habe in einem Interview. Und auch ein Stück weit die schönste, ich habe irgendwann mal von Bradley, ein Typ aus Amerika, der so in diesem Dunstkreis von Grand Cadone war, er meinte irgendwie cool auf der Bühne, dass er meinte, im Leben von Menschen gibt es immer drei Leute, die wirklich maßgeblich deren Leben verändert haben, die man so aufzählen kann, die entlang des Weges irgendwie passiert ist. Und er versucht mit seinem Content einer von diesen drei Personen in möglichst vielen Leben von Menschen zu sein. Und ich dachte mir, das ist so ein schöner Gedanke und ich habe das Gefühl, das ist sehr ähnlich zu dem, was du da vorhast. Also kann ich da nur in allen Dimensionen bestärken, bloß das weiterzumachen. Ich glaube, gerade die Jugend und die Leute da draußen sehen sich danach nach Vorbildern, wo sie sich wirklich identifizieren können und lernen können. Und vor allem, was du cool gesagt hast, dass das halt nicht nur das Geld auf dem Konto ist. Ich glaube, Tai Lopez hat das immer so schön gesagt. Was bringt es dir, wenn du reich bist, aber fett bist? Und ich glaube, da hat er einen sehr validen Punkt. Wenn jetzt jemand tiefer in dein Content einsteigen will, wo tut er das am besten? YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ich bin eigentlich auf allen Plattformen vertreten. Wir haben ja jetzt sehr viel über Videocontent gesprochen, das heißt, am ehesten auf YouTube vorbeischauen. Da teile ich am meisten. Ja, bin eigentlich auch sehr available, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt auf Instagram oder sowas, außer es ist irgendein Pitch, dann antworte ich nicht drauf. Aber wenn man irgendjemand eine Frage hat oder sowas, bin ich da eigentlich sehr reichbar für. Sehr fairer Deal. Hey, Karl, vielen, vielen Dank dir. Ich werde mir, glaube ich, das Interview noch zwei, dreimal anhören. Da waren richtig coole Ideen dabei, die ich mitgenommen habe. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Safe. Ich danke dir nochmal für die Einladung. zwei, Untertitelung des ZDF, 2020